Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten wir die Möglichkeit, so viele Informationen zu bekommen. Von allüber all, sofort. Und leider sind viele Informationen nicht richtig. Und deswegen müssen wir ganz wachsam sein, von wem kommt die Information. Stimmt sie? Habe ich sagen, eine sichere Quelle. Und je mehr Informationen es auf dieser Welt gibt, desto kritischer müssen wir mit diesen Informationen umgehen. Denn eins ist völlig klar, Desinformationen haben nur ein Ziel. Sie wollen mich als Menschen manipulieren. Sie wollen die Gesellschaft, in der ich lebe, manipulieren. Und sie wollen vor allem Demokratie gefährden, vielleicht sogar zerstören. Und deswegen müssen wir alle wachsam sein und Desinformation bekämpfen, indem wir genau hinschauen.